Und dort hatten wir mal einen Pizzalieferanten, der hatte so geile Angebote. Zwei Pizzen, ein Salat und ein Pizzabrötchen für 16 Euro. Das war so geil. Ich würde mich jeden Tag bestellen. Ohne Milch! Wir konnten einfach zwei Tage lang essen, eigentlich. Ja, gerade kommt der Füße an der Wacht, weil es völlig gut ist. Ja, das ist auch ich. War fein? Bei Ralf? Bei mir ist ein Lifeline, ich habe keine Munition. Ich hätte den Peacekeeper aufpassen. Ich habe den Liederwissen. Die 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 Liederwissen. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh, hast du mich erschrocken? Bis zum nächsten Mal. 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 Was hast du getrieben? Erzähl! Ich bin in der Hitze dahin gebrütet. Das gäbe ich nicht. Aber ich kriege gerade auch Apex, wenn ich dich carry, sag' Bescheid. Alles gut, aber ich wette nicht, wenn wir eigentlich auch... Ich bin in der Hitze. Ich bin in der Hitze. Oh, da hat eine Fähne. Ja. Die haben irgendwas gedacht. Moin Moin Essen! Was geht's ab? Was geht's aus? Was geht's? Das ist ja ein Mediapurin. Ich war ein Samstagspartner. Ich bin in der Hitze. 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 Nichts gemacht. Nichts. Mach euch. Bis zum nächsten Mal.